Bevor wir starten, ist dieses Video wie immer von solchen Sachen, nicht wie immer, aber sehr häufig, gesponsert vom lieben LipLab1 aka Fabi. Vielen Dank an dich an dieser Stelle, auch mal persönlich, nicht nur an die anderen Leute, die sagen, bitte guckt bei ihm in Instagram und auf Cardmarket, da könnt ihr die Karten dann kaufen, die ich ziehe und es ist ein cooler Duo, der macht coolen Instagram-Stuff, sondern auch an dich Fabi. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist für mich immer noch sowas, wo ich denke, so viel Content, so viel krasses Zeug, ich weiß gar nicht, wie ich damit klarkommen soll. Ja, und wir gucken mal rein in das Bundle und schauen mal, ob da irgendwas Cooles dabei ist. Auf dem Pre-List-Kit stand hier Jihau, das steht hier nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend und wir gucken uns mal das Bundle an. Ui. Okay. Hier ist leer. Dann haben wir ein Ui. Ui. Sehr cool, sehr süß. Das ist nicht so süß. Yay. Und Thunder Junction, Outlaws Thunder Junction. Da hat sich was geändert. Ich habe das schon in den Kommentaren gelesen. Ich habe es nicht geglaubt. Gut. Also, zu allererst, wir haben ganz viele Aus-Stamp-Sachen, die ich ganz cool finde, weil wir jetzt Flying Lifeling und so weit hier raus bekommen. Dann haben wir einen Raktos und einen Tiny Bones, viele Plus 1-1-Marken. Irgendwie auf der Seite was und auf der Seite was. Aber normalerweise gibt es da drin irgendwie so einen Klotz. Erstmal einen Würfel. Der ist wirklich cool. In so einem richtigen Goldmuster. Ja, hier ist es besser. Hier kann ich es besser zeigen. Wie so ein Goldmuster. Seht ihr das? Das ist ein sehr, sehr hübscher Würfel. Der ist wirklich cool. Der gefällt mir. Ja, und normalerweise war hier so ein Klotz drin, damit man die Karten besser superieren konnte. Das ist irgendwie weg. Die Box mit dem Zug ist ganz cool. Auch hier mit dem Weiter-Weg-Zug und nahe dran Zug. Nahe dran Zug. Sehr, sehr cool. Und ja, dann haben wir hier so Kram, wie man Magic spielt. Das braucht kein Mensch. Dann haben wir unsere Promo. The Key of the Wall. Zwei-Mana-Equipment. Da, da. Zwei-Mana-Equipment. Immer wenn die Kriptik-Kreatur einem Spieler Kampfschaden zu weh, gucken wir so viele Karten oben vom Deck an. Wir können eine Nicht-Land-Karte davon exilen, den Rest drunter legen und die exilte Karte spielen. Ohne die Mana-Karte zu bezahlen. Das ist eine geile Promo. Normalerweise sind hier immer Müll-Promos drin. Und wollt ihr wissen, wo die Vollländer sind und wo die Non-Vollländer sind? Ich glaube, ich kann es euch sagen. Ich glaube, ich kann es euch sagen. Ja, machen wir mal nicht auf. Gucken wir mal hier in unsere neuen Booster. Dadurch, dass es nur neun sind und tatsächlich das Durchskippen nicht ganz so gut ankam, werde ich hier zumindest die Rares noch mal ein bisschen vorlesen, ein bisschen drauf eingehen. Kampsen ankam, das werde ich so ein bisschen drüber sliden, um zu gucken, wenn irgendwas Cooles dabei ist, werde ich kurz anhalten. Aber, ja, das ist nicht so spannend. Da haben wir Any Flash Veteran, 6 Mana, 4, 5 Flash. Wenn sie ins Spiel verkommt, bringen wir eine permanente Karte mit Mana-Kosten von 3 oder weniger aus dem Frieden mit dem Spiel zurück. Das finde ich schon sehr cool. Und wenn die getappt wird, exilen wir zwei Karten vom Deck und können diese spielen. Das ist wahnsinnig cool. Und Any The Flash ist wirklich eine sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir ein Path to Exile. Damit können wir eine Kreatur exilen. Und der Beherrscher bringt ein landgetapptes Spiel. Das ist ein cooler, wirklich cooler Removal. Und, oh mein Gott, Lavasport Boots in Foil. Das ist ein Pack. Mythic, Path to Exile, Rare und die Lavasport Boots in Foil. Das war nicht schlecht. Ich glaube, das eine Display haben wir auch damit angefangen, dass wir erst irgendwie die Boots gezogen haben. Spannend. Ja. Take the Fall. Paladin, Thunder, Salfo. Big Horn. Shakeslinger. Uh, der Summoner. Dann haben wir, uh, Blooming Marsh in Extended Border. Davon haben wir gar keine gezogen in dem Collector-Display, was ich aufgemacht habe. Fällt mir ein. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Weil hier gibt es überall so Züge und es gibt den kompletten Zug in diesem Ding. Transmute Front. Ui, was ist das für ein Bundle? Ich mag Bundle, weil sie nur mit diesen neuen Boostern sehr günstig sind und man halt einfach irgendeinen geilen Hit haben muss. Dann funktioniert das. Das macht Blood-Token oder Food-Token. Dann haben wir noch Clearshot. Take up the Shield. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Also das ist wirklich nice. Ach ja, das Land habt ihr übrigens für Grün oder Schwarz. Size the Secret. Das ist eine sehr, sehr lustige Karte. Look-Free-Lokomotiv. Ich mag sie, weil sie auf Deutsch irgendwas mit Zug heißt. Und hier steht drauf, aktiviere einmal pro Zug. Und sie ist halt ein Zug. Das mag ich. Gidrog. Alter, zweite Mythic. Auch noch ziemlich gut mit 5 Mana, 6, 5 Trampel, Eile. Und fügt einem Spieler x Schaden zu. Man kann eine Kreatur opfern, die sie gesettelt hat. Wenn wir das tun, ziehen wir noch x Karten und legen x Länder von Hand ins Spiel. Ähm, Settle 1. Sehr, sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Wirklich gute Karte. Und noch eine Mythic. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wassermkeit, Trampel, Eile, Hydra. Die mit x Marken ins Spiel kommt. Und wir kriegen x Treasure Token. Und Anleisende Hearths. Was ist das denn? Was ist das denn? Anleisende Hearths war eine wirklich teure Karte. Ich glaube, 10 Euro oder so gekostet. Und hier hast du auch zwei Mythics und ein Anleisende Hearths. Alter. Alter. Oh, ein Storching Shot. Das ist sogar eine, die zwei teuerste ankamen. Nochmal ein Foil. Ein Swamp in Foil. Alter, was ist mit diesem Bundle los? Das ist ja mega. Das ist ja absoluter mega Wahnsinn. Krass. Krass. Das finde ich ja geil. Snake Tail ist auch wieder drin. Spannend. Return to Flavor. Eine sehr, sehr gute Karte. Dann Grooveless, Lawbringer und Bruce Tarl. Oder auch, wie ich ihn nenne, Brawn. Ähm, weil Brawn einfach der Wahnsinn ist. Vier Mana, vier, drei. Drei Ochsen haben Doppelschlag. Immer wenn der ins Spielfeld kommt oder angreift. Exil wieder über das Kart des Decks. Wenn es in der Land ist, kriegen wir ein 2-2 Ochsen. Und wir können die Karte ansonsten casten. Okay. Essenz Capture sagt mir nix. Der Naturalist. Full-Atlant. Und ja. Ich gucke immer noch nach so einer Karte von der Liste. Aber es gibt hier ja keine Listkarten. Ha. Ha. Listkarten ist etwas, was ich wirklich vermisse. Gull-Pen. Boombox. Tag der Ride. Und Tie. Waken Perfect Shot. 2-3. Was war das denn für ein... Kamera, was tust du? Ähm, ja. 2-3. Und wenn es Source Non-Bed Comments macht, dann, äh, nochmal Equal to the Toughness. Mega. Zieh mir ne Karte. Geil. Bird in the Garden. Foil. Ah. Kram. Wir sind bei knapp der Hälfte. Und es ist jetzt schon, meiner Meinung nach, ein cooleres Erlebnis, wie so ein Collector-Display. Das muss man einfach sagen. Tainted Arnex. Auch eine sehr coole Karte. Die man machen kann. Dann haben wir... den Hasen. Rabbit Mercenary. Der Hase ist wirklich cool. Weil man kann damit Länder kriegen. Länder sind immer gut. Dann Lothin Jasper Flint. Das ist wirklich ne gute Karte für Mercenaries. Und, ja, das ist... Also, Stop A Rear schon wieder. Und Skullcrack. Auch ne sehr coole Karte, tatsächlich. Die man teilweise im Burn gespielt hat, im Modern. Ich weiß nicht, ob man das noch macht. Aber man hat sie mal im Burn im Standard... äh, im Modern gespielt. Ob man das noch macht, wie gesagt. Keine, keine Ahnung. So, gucken wir mal weiter. Ja. Boone Paul. Der ist sehr, sehr stark. Mit 6 Mana, 6, 5 Reach. Wenn das Spiel verkommt, kriegen wir eine Legendary Blue Ochsen. Der Anzahl und, äh... Widerstandskraft stärkt gleich die Anzahl an Ländern hat, die man kontrolliert. Und wenn man angreift, zieht man eine Karte. Dann legt man ein Land aus der Hand ins Spiel. Oder aus dem Friedhof. Das ist sehr gut. Was? Molten Duplicate. Wir kreieren einen Choken, der eine Kopie von einem Artefakt oder einer Kreatur ist. Außer, dass dieses Artefakt ist als zuhörige Kosten. Und es kriegt Eile mit dem NS2-Gauf. Neues. Fling. Mega Karte. Corrupted Convenience. Desert. Und ein Dragon. Ja. Das... Also, wir haben jetzt zwei Vault-Karten schon gezogen. Die sind echt nicht so selten. Eine Jitte wäre nice. Die Jitte würde ich direkt kaufen. Die würde gar nicht bei Lipp-Lapp landen. Keine Sorge. Die würde ich instant kaufen. Hell's Powered Powers. 4 Mana 2, 4 Outlaws haben Eile. Der wird auch bestimmt ziemlich cool, weil Assassinen Eile bei Assassin's Creed wird wahrscheinlich ziemlich gut. Und wenn der Spiel wegkommt, kriegen wir 2 1 1 rote Mercenaries. Die haben dann auch Eile. Decision Denial. Machesa in Foil. Dealer of Death. 3 Mana 3, 4. Und wenn wir einen Crime committen, können wir ein Leben bezahlen, wenn wir das tun. Gucken wir die obersten zwei Karten des Decks an. Einen nehmen wir auf die Hand, den anderen im Friedhof. Sehr cool. Also, Hedas Bundle... Es macht Spaß zu öffnen. Das muss ich leider sagen. Bundles sind einfach cool. Es sind weniger Booster wie ein Display. Ihr habt doch irgendwann gemerkt, beim Display öffnen ist mir irgendwann die Booster ausgegangen. Aber irgendwie fühlt es sich besser an, weil man auch nicht so viel Geld da rausholen muss. Dann haben wir noch einen Spy-Up-Luff-Kanal. Heartless Pitch. Fastblends. Braucht jeder. Ja, soviel zum Bundle. Ich find das Bundle cool. Ich mag das Bundle. Ich find das wirklich, wirklich nice. Also, es macht wirklich Spaß, weil so ein Bundle kriegt ihr eine Box. Ihr kriegt ein paar Booster, die wirklich, wirklich gut sind, die man auch cool nutzen kann, die man cool spielen kann. Ihr kriegt einen Einblick ins Set. Ihr kriegt Basic Lens. Okay, ich muss es öffnen. Ich muss wissen, ob hier die Kakteen Basic Lens drin sind. Aber wenn ja, wäre das halt sehr, sehr, sehr cool. Sorry fürs Öffnen. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Fünf von den Kakteen, dann fünf in Non-Foy, fünf in den Non-Foy-Kakteen. Wow, hier. Das ist mega. Das ist mega. Ja, ihr kriegt noch einen Land Bundle dabei und, und, und. Was wollt ihr mehr? Das ist doch geil. Macht doch einfach Spaß. Und wenn ihr auch Spaß hattet, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, beim nächsten Mal reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Exit. Ciao, ciao. Ciao.